Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Scania Update. Heute möchten wir Ihnen Sicherheitspaket Prävention ein wenig näher bringen. Zum Sicherheitspaket Prävention gehört unter anderem die elektrohydraulische Lenkhilfeunterstützung, Spurwechselkollisionsverhinderung und den Spurassistent mit Aktivlenkung. Wie das genau funktioniert, zeigen wir Ihnen gerade jetzt. Die elektrohydraulische Lenkhilfeunterstützung hilft dem Fahrer beim Lenken bei sehr hohem Vorderachsgewicht. Die Spurwechselkollisionsverhinderung interagiert mit dem Totwinkelassistent. Wenn der Totwinkelassistent mit höchster Warnstufe einen anderen Verkehrsteilnehmer signalisiert, nutzt die Spurwechselkollisionsverhinderung die Aktivlenkung, um den Spurwechsel zu verhindern und bringt das Fahrzeug wieder zurück in die Spur. Sobald sich das Fahrzeug wieder zurück in die Spur befindet, stoppt die Aktivlenkung. Der Spurassistent mit Aktivlenkung überwacht unbeabsichtigte Spurwechsel. Wenn der Assistent ein unbeabsichtigtes Verlauf der Fahrbahn erkennt, greift es ein, indem das Fahrzeug aktiv in die Fahrspur zurückgelenkt wird. Die Aktivlenkung stoppt, sobald sich das Fahrzeug wieder an der Fahrspur befindet. Wenn Sie noch Fragen haben zu unseren Sicherheitssystemen, stehen unsere Verkaufsberater sehr gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen somit eine gute und vor allem sichere Fahrt in Zukunft.